Wait for me Oh 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 Alles gut Wuii Warum Warum Wird der Fokus da aufgelegt? Was ist da? Tintenwespe Hä? Hä? Was ist das denn? Hä geh weg Nö, 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 danke, danke Lass mich erstmal mit der Störung wieder klarkommen Was muss ich denn machen? Muss ich diese Dinger zerstören und dann sterben die Viecher automatisch? Geh weg Keiner hat sich lieb gehabt Komm her du Ey Ich glaub's nicht Hä? Was machen die Dinger da? Die wollen mich rammeln Geh weg Und zwar gar weiß ich, keine kleinen Mädchen Ey, das gibt's nicht, ne? Dieses Virenverfolg, das ist schlimmer als ich Die sterben, du Motherfucker Meine Güte, ey Er ist echt schlimmer als ich Und wie krieg ich die? Ach, einfach draufkloppen Simples draufkloppen, André Ist doch ganz logisch Es wird keine Taktik verdankt Einfach nur voll auf die Fresse Ist doch ganz klar So Wuppa Achso, okay Drück sprinten und dann macht ihr natürlich einen rückwärtssprung Notiz an mich selbst André, das war klug Ah, da ist schon wieder so ne Ah Geh Doch Einfach In die Hölle Äh Äh Geh Genau daneben Verdammtes Geiles Atmosiersystem Ah, geht doch Ist es tot? Ach, ich denk jetzt einfach mal ja Ich hör auch selber nichts Ich hoffe ihr hört was Oder auch nicht Ah, komm, komm Wenigstens den krieg ich Zahm Jawoll Nein, nein Ich kann dich in der Luft ergreifen Okay, gut Wie kannst du meinen Angriff unterbrechen? Du Hoden Ich hasse dich Ach, sieh einen an Ich muss das doch zerstören Nämlich diese Tintenviecher Äh, kommen die immer neu Was ist das denn? Was soll das sein? Sieht von den Augenhörner aus wie ein Fliegen Äh, wie eine Fliegenlafe Aber oben ist sie ausgenommen Lecker Charmant Oh, da lächelt er Da wollen wir hin Da fühlen wir uns dann wohl Oh, da hinten ist aber noch ne Höhle Dann müssen wir zuerst rein Sonst haben wir wieder irgendwas vergessen Ah, ha, ha Sieh einer an Dickes Quiz oder wieder nur öles Gekämpfe Komm bitte Quiz Irgendein Quiz bitte, komm Ah, stumpfes Gekämpfe Oi Was passiert? Alles klar, Madness, Madness Returns hat sich aufgehangen Ähm, ich schaue das einmal schnell neu Bis klar So, und da sind wir auch schon wieder Und dieses Mal werde ich für äh, diese kleinen Übergang hier kurz die Aufnahmen unterbrechen Also bin ich auch schon wieder weg Und da sind wir wieder Mittlerweile hat es jetzt geklappt Und Oh ne, oh, wie ich sie hasse Geh weg, geh weg Ich hasse sie Ja, die können nämlich einfach kontern Obwohl sie voll auf die Fresse haut Ich glaub das nicht Geh weg Geh weg Oh, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie Sie sollen in der Hölle schmoren Ich wünsche ihnen Virus auf den Hals Der ihren verdammten Programmiercode zerstört Uah, wo kommt der jetzt her? Tschüss Weg, 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 weg Ich sag dir weg Alice, Definition von weg ist von Gegner weglaufen Nicht hin Und dann wieder Voll aufs Maul Und dann wieder BÄM Das war's? Äh, war aber schon mal schwieriger, oder? Komm Alice, nicht drödelt Du hast schon den Zug verpasst Mir geholfen in den nächsten Moment mal, hatten wir nicht da schon irgendwie drei von Was weiß ich was, wie viel? Oder hat sich das resettet? Ach, wir haben auch ein, äh Herzchen dafür bekommen, oder? War's nicht so? Ich weiß es nicht mehr Ich glaub ich muss mir nochmal mein eigenes Setplay angucken Die Szene hier wurden auch resettet Ne, die hier nicht Alles klar, immerhin schon mal etwas Ach, wir können jetzt hier, äh, immer durch Ne, können wir nicht Dann müssen wir nochmal kurz nach oben Müsste sich jetzt hier nicht eigentlich etwas geändert haben? Ah, ganz klar Ui Ui Ui, was kommt jetzt? Hier eine hübsche Rutschfahrt? Ins Verderben Tatsache Tatsache Eine hübsche Rutschfahrt Ins Verderben Tatsache Tatsache Oh, Grandios verfehlt Tatsache Mit Vögeln. Ist das hübsch. Och, ist das Herz allerliebt. Wir verbrennen uns an Lava. Ist das wunderbar. Frohlockend und hat man ja nicht gesehen. Und ich glaube, ich gehe mal lieber hier lang, obwohl auf der anderen Seite Zähne waren. Ach, die Musik ist ja so abwechslungsreich in diesem Spiel. Oh, schöner Schatten. Woher, Aldi? Nein, Scherz. Oh. Ja, 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 komm, Highspeed. Highspeed, scheiß auf Leben. Wir brauchen keine... Komm, we need force beat. Bam, bam, bam. Gegen den Kopf, ey. Rutsch mal auf den Bauch, Alice. Komm mit dem Kopf dagegen, crashen. Viel interessanter. Oh Gott. Schaffe ich das? Boah, das war aber echt fucking knapp. Oh, wo sind wir denn jetzt? Wir sind in der fatalen Version von Ikea gelandet. In der China-Abteilung. Nein. Boah, da oben ist die Gottes-Shisha. Da müssen wir hin. Da muss die Alice von einzischen, ey. Das muss sein. Da müssen sowas von drauf sein. Oh nein. Schau mal, den Hammer gezückt. Ach so. Bam. Da lebt er immer noch. Kriegst du mit einem Pferde-Holzkopf-Ein-Volli-Latte? Überall. Nein. Tust du nicht. Du bist böse und keiner mag dich. Deswegen muss ich jetzt massakriert. Und schüss. Massakriert wirst du. Was ist das denn hier? Eine Impression der Trauer. Und Pornografie. Habe ich nicht gesagt. Weiter geht's. Was mach ich? Was mach ich? Ja. Au. Au. Hey. Was macht ihr da? Bam. Wo schlägst du hin, Alice? Hast du auch schon mal was von Auto-Anvisieren gehört, Alice? Bam. Der lebt immer noch. Bam. Was? Wie hat er ein kleines süßes von... Wow. Wo kommt der denn her? Tschüss. Alles klar. Oh Gott. Wow. Wow. Okay. Ich denke halt erstes. Müssen wir den da oben loswerden. Oh. Super. Das lief wenigstens schon mal ansatzweise in die Richtung, Alice. Nein. Tust du nicht. Oh Gott. Lass mich doch vorbei. Ah. Hat mir geholfen. Er ist mein Teammate. So. Jetzt müssen wir den hier irgendwie platt machen. Wie ging das nochmal? Äh. Mit der Tee keine Vorschwächen? Ach so. Ach so, ja. Äh, ne? Kannst mich ja auch gerne haben. Ah, ja. Super. Nein. 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 Oh Gott. Wie habe ich den denn damals besiegt? Und wie kann ich hier Rage verfallen? Ich will Rage. Nein, 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 nein. Bäh. Komm her, du. Ey, der... Äh, Elsa. Äh, Elsa. Da. Halka. Boah, ich... ...verrecke, wenn ich so viel Stimme versuche zu emitieren. ...ins Gesicht. Ich muss ja mal kurz husten. Tut mir wirklich extrem leid. Aber ich kann nicht so gut Stimmen imitieren, sonst, äh, verrecke ich. Bleibt ihr auch oben? Nein, natürlich nicht. Unser... ...unser Bildschirm splittert. Oh. Ah! Äh. 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 Ach, wäre das schön, wenn man auch aus Schmetterling bestehen könnte. Damit wäre das Leben viel einfacher. Ich glaube, wir versuchen das mal von hier aus. Ja, klappt natürlich viel besser. Da unten sehe ich eine Schweinsnase. Wieder aus der Entfernung noch erwischen. Jawoll. Es war keine Impression, André. Als ob, ey, als selbst Spielentwickler kann doch nicht so dumm sein. Ach, komm, wir machen das jetzt einfach. Puh! Oh, nein! Ah, willkommen zu der fähigsten Show in diesem Web. Und alle anderen Web. Oh, Gott, Alter. Als hätte ich noch nie so ein Spiel gespielt. HRF-TV. Oh, Mann! Stimmt. Ich erinnere mich an geraume Zeit, wo ich in ein Netzpay 50 Mal sagte, können wir jetzt was upgraden? Können wir jetzt was upgraden? Nein! Of course not! Ach, ich kann ja auch wieder zurück. Ist ja cool. Oh, tut mir leid. Es tut mir... Nee, ich pfeife einfach so gerne. Oh, 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 oh. Ja, das lief ja ganz wunderbar. Durchs Wasser! Oh, 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 das zieht mich echt nach unten. Ich dachte, so wie alles andere wird man da einfach nur... Polygone sparen Einmal Leben auffüllen Dafür unterbreche ich einmal aber schnell kurz die Aufnahme